Ihr bezahlt für euren Freund, ja? Sehr gut. Lasst mich nur kurz alles zusammenrechnen. Ich hab doch gesehen, wie ihr mit euren Kumpeln getuschelt habt. Und ihr besitzt die Frechheit, mir das zu sagen? Wisst ihr, die Frau getrunken hat? Ich bin es leid. Schnöpfen brezeln sich auf und tun so, als gehöre ihnen ver... noch mal der Laden. Kein Deut besser als jede andere aufgeputzte Sch*** aus der Sch***stadt. Also, wenn ihr nicht die Sch***rechnung bezahlen wollt, dann bestellt etwas oder verschwindet. Schnorrer kann ich nicht leiden. Sehe ich für euch wie eine Sch***reiseführerin aus? Ihr dämlichen Sch***reisende könnt nicht mal euren Kopf von eurem Sch*** unterscheiden. Was wollt ihr Sch*** noch mal? Der Anführer des Luhmang-Syndikats? Er und seine Spießgesellen fallen hier jede Sch***woche ein und rauben alles, was nicht nid- und nagelfest ist. Vielleicht sind sie abgehauen, aber sie werden zurückkommen. F***sicher. Vielleicht plündern sie gerade den F***en Getreidespeicher an der F***ten Straße aus. Hütet eure F***zunge. Ich bin eine F***te Dame. Wenn ihr so besorgt um den F***en Getreidespeicher seid, dann beschützt ihn doch. Ich bin eine F***a aus!